so nun einen schönen guten morgen heute hier zum zweiten mal weil wir einige technische gegebenheiten hier momentan haben das upload im internet ist gerade eben durch irgendwelche dinge etwas gestört deswegen sehen sie mich jetzt auch sozusagen nicht mit meinem video bild ich hoffe aber dass die ton und bildübertragung trotzdem ausreicht für das streaming ansonsten möchte ich gerne darauf hinweisen dass wir hier die aufzeichnung auch machen das heißt ich zeichne das webinar auf alle fälle auf und dann können wir hier nachdem ich die aufzeichnung für sie hochgestellt habe das ganze dann entsprechend als video on demand für sie zur verfügung stellen und damit würde ich sagen starten wir direkt und ich heiße sie an dieser stelle noch einmal herzlich willkommen zu den ideen dem ausblick und dem thema edukation für heute im ersten teil hat es schon gesagt es gibt wie immer den risikohinweis der handel mit devisen und cfd auf margin kann zu verlusten führen sie riskieren ihr investiertes kapital zu verlieren wenn sie das ganze hier auch live mit betrachten sie können dann im chat auch hier auf facebook jederzeit die fragen stellen und die beantworte ich dann natürlich sehr sehr gerne auch wieder live hier im webinar was sind die themen für das heutige webinar wir schauen natürlich auf die aktuellen handelsideen da habe ich für sie vorbereitet den us dollar rubel us dollar schwedische kronen und wir blicken einmal auf den nikai und danach geht es mit dem wochenausblick weiter was kann die märkte in der nächsten woche bewegen wir hatten ja diese woche eine sehr bewegte handelswoche durch die zentralbank sitzungen danach schauen wir mal auf die analyse der großen indizes und wie avisiert im know how bereich geht es heute um das thema news trading im speziellen trading von zinsentscheiden ich bekomme auch gerade die meldung dass die übertragung jetzt hier im web passt dann dankeschön elena das gibt mir doch ein gutes gefühl dass wir hier wenigstens die technischen sachen soweit im griff haben und plan b sozusagen funktioniert schauen wir auf die tagesnachrichten für den heutigen tag etwas wichtiges vorab ich habe sie noch direkt hier hinein geschrieben heute ist großer verfalltag das heißt heute verfallen die optionen und futures auf indizes und aktien und das kann dann durchaus die ein oder andere größere bewegung ja geben muss aber nicht wir wissen nicht was passieren wird aber wir haben heute den dritten freitag am dritten ja in der dritten woche des quartals und damit ist verfalltag was gibt es auf der nachrichtenseite um 11 uhr sie sehen es auch oben eingezeichnet gibt es die verbraucherpreis die informationen zum verbraucherpreis index hier in der eurozone es gibt eine prognose für 1,9 prozent die inflation das wissen sie ja auch das habe ich hier schon häufig erzählt ist wichtig für die zentralbanken ein wichtiges stellkriterium das sehen wir gerade auch in den usa dass die zentralbank der usa doch sehr sehr stark auch auf die inflation schaut das gleiche macht die zentralbank auch in europa hier haben wir natürlich inflationär ganz andere dinge und die wirtschaft ist noch nicht auf dem stand wie die zentralbank das haben möchte deswegen wurde gestern auch angekündigt dass wir hier seitens der anleihe kaufprogramme erstmal noch den den weg so weiter gehen dass sie zum ende des jahres hin wahrscheinlich auslaufen werden und möglicherweise im sommer nächsten jahres die ersten zins anhebungen hier auf uns warten wir werden sehen was da passiert den aktienmärkten hat auf alle fälle gefallen der dax ist wie wahnsinnig gestiegen der euro naja der ist ein wenig abgeschmiert zum us dollar also gab es da ordentlich bewegen nach unten hat auch einen schönen trade in meinem portfolio gegeben aber danach gehe ich dann entsprechend nachher ein was gibt es heute noch es gibt die handelsbilanz hier in der eurozone und am nachmittag gibt es aus den usa ein paar informationen zur industrieproduktion es gibt von der uni michigan die konsumentenerwartungen um 16 uhr und auch das verbrauchervertrauen und wie jede woche freitag gibt es natürlich für diejenigen von ihnen die die cot reports für das trading oder für das research benutzen die nachrichten wie sich hier die positionen verändert haben das ganze heute abend deutscher zeit um 21 uhr 30 und damit würde ich ganz gerne direkt auch in die charts hineingehen heißt wir schauen uns mal die handelsvorbereitung für heute an ich starte mal mit dem rubel und hier sehen sie auch wieder mit diesen dingen die wir hier miteinander besprechen es ist manchmal auch ganz gut wenn man nicht wartet bis wir hier die handelssignale miteinander live besprechen sondern auch in der vorbereitung schon ruhig mal auf die website von tickmill gehen ich hole das gleich mal rüber ganz kurzen augenblick wir schauen mal auf tickmill so ich muss die seite noch mal aufrufen und dann ziehst du gleich ins bild an also wenn sie auf die website von tickmill gehen dann haben sie sozusagen hier den blog natürlich stellen sie sich das bitte auf deutsch ein dann kommen sie auch direkt in den deutschen blog und da sehen sie dann auch meine handelsvorbereitung für den aktuellen tag immer um 8 uhr stelle ich die entsprechend hier ein oder gegen 8 uhr nageln sie mich da bitte nicht auf die minute fest meistens ist es auch deutlich vor 8 uhr aber nichtsdestotrotz sie finden die handelsideen hier und sie finden dann auch die situationen wie wir sie zu dem zeitpunkt gehabt haben als ich diese dinge auch erstellt habe für sie das heißt es ist schon ganz gut wenn man das ganze manchmal etwas vorher anschaut damit man eventuell früh auch das ganze schon auf der uhr hat und die signale dann auch im premium signal sozusagen dann mit traden kann also hier zurück zum us dollar rubel eine schöne situation wir hatten den us dollar rubel vor ein paar tagen erst auf der uhr sie werden sich jetzt gleich sagen wieso hatten wir das jetzt schon wieder auf die uhr ich zeige es ihnen gleich und zwar schauen sie mal wir hatten damals gesprochen am ich schaue mal kurz in meinen bericht rein am 13.5 da hatten wir hier das war der der zwölfte und hier der dreizehnte wir hatten da in diesem bereich die situation am markt dass wir kurz vor entstehung eines aufwärtstrends waren schauen sie mal hier gab es eine schöne bewegung nach oben die hat entsprechend dann dieses trend hoch rausgenommen hier das war das hoch der korrektur damit ist dieser abwärtstrend hier gebrochen worden es gab danach eine schöne korrektur und hier haben wir dann die trendentstehung gehabt und die trendentstehung wurde dann direkt dazu genutzt um abzuverkaufen das passiert das ist normal deswegen müssen wir uns danach richten was der markt macht und nicht sagen okay nur weil jetzt ein neuer trend entsteht geht der kurs jetzt durch die decke also ganz normales verhalten hier wenn man die trends entsprechend analysiert so und nun ist es gestern dazu gekommen dass der markt hier in den letzten zwei tagen tief rein korrigiert hat und ich scroll das mal kurz oder ich summe das mal kurz etwas für sie hinein und wir haben dann entsprechend eine korrektur der vorhergehenden bewegung gehabt schauen sie mal wir haben hier gute 75 prozent der korrekt dieser letzten bewegung korrigiert und dann lief der markt schon wieder nach oben das ist ein index dafür dass eventuell eine indikation meine ich dass eventuell hier der markt rumdrehen kann und wieder nach oben läuft das heißt hier nach oben läuft in richtung dieses hochpunktes beziehungsweise dann die weiteren marken im chart auch anlaufen kann bei 63 2 90 hier oben haben wir dann die nächsten bei 64 27 bevor es dann hier oben auf die 65 0 7 9 0 in diesen bereich hinein laufen kann dazu brauchen wir natürlich erstmal die umkehr hier unten und wenn wir das mal sehen diesen trade hinaus gucken wir einfach mal in die stunde was hier passiert wir brauchen natürlich hier eine aufwärtsbewegung und wenn wir uns jetzt hier diese stunde mal anschauen ich mache das mal noch etwas kleiner dass wir mehr historie sehen dann haben wir in der stunde sehen wir hier die untertrends der der bewegung des tages und da sehen wir jetzt hier wenn wir in die stunde hineinschauen dass der markt hier einfach wieder nach oben gelaufen ist und sie sehen wenn sie jetzt mit blick in in diesen markt hier hineinschauen sie sehen hier nicht wirklich einen richtig guten trend an den man als untertrend bezeichnen können so wird es wie wir das hier drüben gehabt haben aus diesem grund wenn das passiert schauen sie einfach noch mal eine zeiteinheit tiefer weil das was wir hier sehen und wir sehen hier noch mal eine bewegung noch mal ein neues tief und jetzt schiebt der markt nach oben das ist etwas was wir hier sehen und wenn wir uns das ganze beispielsweise in den 15 minuten anschauen dann sehen sie hier sozusagen dass die 15 minuten diesen auf diesen abwärtstrend hier gebrochen haben das heißt der markt läuft hier schon wieder dynamisch nach oben und das sind natürlich die dinge die können wir sehr sehr gut für unser trading nutzen das heißt zurück zum tageschart diese kerze war die indikation dafür dass der markt möglicherweise nach oben läuft das muss natürlich bestätigt werden die bestätigung steht dann durch die kleineren zeiteinheiten aus und wir sehen heute eine grüne kerze das heißt wenn dieses bild so weiter läuft dann haben wir hier durchaus die möglichkeit auf dieses hoch von diesem trend zu laufen und dann die punkte auf der oberseite zu nehmen wenn man in den chart auch hineinschaut ist der markt natürlich nach unten auch etwas abgesichert das heißt die nächste unterstützung finden wir hier am tagestief von gestern bei 61 91 285 beziehungsweise dieser trend ist da noch mal abgesichert hier in dem tief in diesem korrektortief hier unten bei 61 49 626 das sind mal die unterstützung auf der unterseite wir sollten hier natürlich nicht runterlaufen weil dann würde dieser trend gebrochen werden und damit ist diese handels idee dann natürlich gestorben ja aber ab aktuell läuft der markt ja hier entsprechend in die richtung nach oben wie schon gesagt fragen dazu oder eigene wunschmärkte bitte einfach hier im chat auf facebook hinterlassen und damit gehen wir gleich in den nächsten markt hinein und zwar zum us dollar schwedische krone auch da es ist wunderbar es ist einfach so so schön was die trends in den märkten momentan uns hier für möglichkeiten geben wir haben hier einen markt der schön in einem aufwärtstrend ist und wir haben hier eine situation wo wir wirklich tief in die korrektur hineingegangen sind das sind immer wirklich sehr sehr schöne dinge weil wir können damit dann natürlich bis oben hin traden das heißt wir haben jetzt hier viel 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 weg vor uns bis zum alten hoch da brauchen wir dann sozusagen oben keinen gigantischen ausbruch sondern es würde uns bald reichen oder es reicht uns wenn der markt hier oben hingeht das heißt wir sehen ja hier auf der oberseite schon schöne anlaufpunkte wenn der markt weiter hoch tendiert klar diese kerze ist etwas lang aber nichtsdestotrotz wir haben die bestätigte umkehr mittlerweile und sie sehen entsprechend hier dass die anlaufpunkte hier diese hochs ich scroll das mal etwas tiefer für sie rein dass wir die tageshochs doch als anlaufpunkte sehen und mit so starker dynamik wie wir das gestern auch gesehen haben ist es auch wahrscheinlich dass wenn diese sich fortsetzt dass sie auch relativ gut anlaufen weil diese tageshochs die liegen auch relativ eng beieinander und wenn dort sozusagen die orders derjenigen liegen die nach uns kaufen kann da schön eine dynamik entstehen wo wir dann doch weit nach oben laufen können wenn wir uns das ganze auch in der stunde mal anschauen dann sehen wir auch was hier gestern passiert ist die kerze von gestern ist sozusagen nach oben gelaufen und schauen sie hier hatten wir diese ganzen relativ nah aneinander liegenden hochs dieser dieser korrekturen das heißt die korrektur hochs und das hat dann für entsprechende dynamik gesorgt und das sorgt dann halt dass die kurse so stark stark ansteigen und was wir jetzt hier sehen ist im endeffekt der verlauf ja es gab hier ganz flache wenige korrekturen noch hier ein bisschen korrektur über die zeit das heißt wir haben hier definitiv momentan auch die bestätigung dass der markt hier nach oben läuft oder beziehungsweise weiterlaufen möchte ob der jetzt in einem schritt durchläuft oder erst mal korrigiert das werden wir sehen möglicherweise gibt es zwischendurch mal eine korrektur und das ist das schöne diese korrekturen können wir dann natürlich zum einstieg nutzen das ist das gute aus den märkten heraus nach unten hin gibt es die absicherung ganz klar in diesem bereich hier unten das korrektur tief hier bei 855 710 in diesem bereich hier unten ist das korrektur tief der letzten korrektur die wir hier gehabt haben das sollte natürlich auch hier nicht unterschritten werden alles andere läuft dann auf der oberseite ab und damit würde ich gerne in einen index wechseln und zwar habe ich hier gestern den nikai mal betrachtet auch ein sehr sehr schöner chart der eine ja doch recht interessante situation auch wieder hier im markt vermittelt wir haben jetzt sozusagen hier das hatten wir auch schon das eine oder andere mal besprochen eine sehr sehr dynamische aufwärtsbewegung gehabt die auch unter trends ersichtlich gemacht hat dann gab es diese gegenbewegung und jetzt läuft der markt schon wieder hoch aber der markt hat kurz vor diesem hoch hier um die 23.020 punkte nochmal etwas abgedreht und dann vielleicht die kraft zu finden um nach oben zu laufen gestern gab es dann das erste signal dass der markt hoch will das heißt wir hatten ja auch eine umkehr kerze die muss jetzt natürlich noch bestätigt werden ja das heißt wichtig ist einzusehen was ist hier passiert und da sehen wir sozusagen hier der markt hat hier wenn wir das letzte stück mal nach unten sehen hat diesen sag ich mal trendarm hier rausgenommen da müssen wir natürlich jetzt erst mal noch abwarten bis es eine aufwärtsbewegung gibt hier oben drüber sollte das kommen um dann dynamisch hier oben rüber zu laufen und dann in diesem widerstandsbereich hier oben einzudringen und dann das top hier nach oben rauszunehmen das ist ein schönes verhalten der marktteilnehmer weil wir da sehen dass die kontraktionen kürzer werden und wenn wir uns das ganze bild hier auch mal noch anschauen wir sehen hier im tageschat sozusagen auch noch etwas das ist sehr sehr interessant und zwar sehen wir hier einen trendverlauf untergeordnet ja also wenn wir das mal in das große bild hineinlaufen oder hinein sehen würden wir sind hier quasi nach oben gelaufen haben korrigiert sind dann wieder nach oben gelaufen und stehen jetzt in diesem maße innerhalb einer korrektur das heißt auch dieser untergeordnete trendverlauf ist jetzt da in seiner korrektur und der markt muss jetzt hier einfach nur noch über dieses hoch drüber hinaus dann ist der stundentrend in der abwärtsrichtung gebrochen und der markt bewegt sich nach oben das heißt wir haben eine aufwärtsbewegung und dann ist dieser bereich hier oben dann definitiv auch mit da diejenigen von ihnen die auch schon das ein oder andere webinar mit korrekturmustern von mir gesehen haben das ist natürlich auch ein korrekturmuster hier das ist so ein leicht flach laufender kanal wir haben hier oben die oberseite und dann das ganze noch auf der unterseite da läuft der der markt quasi in einem kanal ein stück weit durch die korrektur und der ausbruch aus diesem kanal deutet dann auf die ja bewegungs auf den bewegungsstart hin und das gibt uns dann natürlich das potenzial dass wir hier nach oben in diesem markt hineinlaufen können und wir dann die weiteren punkte richtung allzeithoch hier im japanischen kursindex miteinander laufen oder erleben können damit sind die vorbereitung des heutigen handelstages auch besprochen ja wir werden sehen wie die märkte heute abend aus dem handel gehen wir haben dann gestern doch schöne dynamische bewegung an den deutschen aktienmärkten oder auch an den europäischen gesehen es könnte auch hier dazu kommen dass der markt heute dann im tagesverlauf etwas seitwärts läuft wir haben halt den großen verfall an den märkten da das heißt es bleibt heute wieder sehr 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 spannend an den märkten und damit würde ich dann ganz ganz gerne auch direkt in den nächsten punkt unseres heutigen webinares hineingehen nämlich einfach mal zu schauen welche termine warten denn in der nächsten woche auf uns und sie sehen hier ich habe wieder von dem kalender von investing.com die vorschau genommen mit den wichtigsten themen also das heißt hier wieder auch die drei köpfe der bullen und die wichtigsten themen ja nächste woche wird viel gesprochen am montagabend spricht herr draghi am dienstag vormittag spricht herr draghi dann haben wir einen termin in den usa um 14.30 am dienstag da gibt es die baugenehmigung für den monat mai am mittwoch geht es dann wieder los es spricht herr paul um 15.30 es spricht herr draghi auch um 15.30 dann gibt es noch ein paar nachrichten wichtige nachrichten das thema bestehende verkäufe in den usa hausverkäufe in den usa und dann jede woche mittwoch auch wichtig für händler die den ölmarkt betrachten die rohe lagerbestände in den usa am donnerstag wird da nicht mehr so viel gesprochen da gibt es den filifed herstellungsindex um 14.30 deutscher zeit aus den usa diese nachricht und am freitag den 22. juni warten wir hier in europa beziehungsweise in deutschland auf den einkaufsmanager index für das verarbeitende gewerbe in deutschland sie sehen hier auch immer die prognosen in den in den entsprechenden angaben drin damit sie auch wissen mit was der markt rechnet und dann können sie auch schauen wie eventuell mögliche einpreisungsversuche hier ja am markt entsprechend auch ablaufen und damit schalten wir wieder direkt rüber in die charts das heißt ich würde sagen wir schauen uns mal ein paar indizes an wir beginnen wieder mit dem deutschen aktienmarkt per se wir haben hier den dax mit der knaller kerze von gestern es war wirklich der hammer was hier gestern abgegangen ist aber wir sehen auch wie gut eine planung möglich ist ja wir sehen das hier wir hatten sozusagen hier ein paar tageshochs liegen und danach schon das nächste tages hoch das sind immer wichtige anlaufpunkte für die planung gerade wenn sie ihre ihre trades planen suchen sie bitte in den charts immer nach punkten wo nach ihnen jemand kaufen kann das sind nämlich positionen wo sie ihre gewinn mitnahmen machen können beziehungsweise wo andere händler sozusagen die kurse weiter vorantreiben können durch ihre kauf orders wenn sie long sind im verkaufsmodus natürlich dann auf der auf der anderen seite da brauchen sie verkäufer an denen sie ihre stücke abgeben können beziehungsweise ihre long position ihre short position schließen können weil sie die verkäufer dazu nutzen um auf die käuferseite zu traden um die short position herzugeben was haben wir hier im dax ich mache gleich mal noch die wichtigsten indikatoren rein sie wissen ja bei dieser betrachtung spielen hin und wieder mal ein paar gleitende durchschnitt die rolle und wir haben jetzt hier deswegen mache ich den mal rein im dax die die situation gehabt dass der markt wieder runtergelaufen ist auf den 200er gleitenden durchschnitt vor ein paar wochen haben wir noch darüber gesprochen wie sieht es denn aus was macht der markt wir hatten hier schön die erste starke bewegung die die vorhergehenden trendhochs rausgenommen hat hier das waren die hochste abwärtstrends sind rausgenommen worden und dann war die phase hier um die 200er tagelinie hier in diesem bereich wo der markt einfach mit dieser linie etwas gehadert hat aber danach ist er wieder drüber gelaufen ist schön hoch korrigiert aber das ist es noch nicht gewesen es kommt häufig mal dazu dass der markt diese marken auch noch einmal testen das heißt wir haben hier eine schöne korrektur gesehen aber wenn wir uns das gesamtbild mal anschauen wir haben hier im dax einen wirklich sehr sehr schönen aufwärtstrend laufen und damit haben wir auch eine situation in diesem jahr mal wieder wo man sagen kann sell in may and go away ist definitiv die falsche strategie gewesen weil wir kommen doch sehr sehr schön ins trading hier im monat mai und juni da gibt es sehr sehr schöne handelsansätze und der markt läuft auch wirklich hervorragend nach oben wir konnten hier aus der korrektur rausgehen wir sehen jetzt hier den test der 200er tagelinie und danach nach diesem test hat sich dann sogar ein aufwärtstrend gebildet gestern wurde dieser trend gebildet und er lief wirklich mit schmackes nach oben das heißt es sieht hier auch so aus dass der markt weiter laufen kann ein wichtiger bereich hier oben sind dann die markt ist dann die marke um die knapp 13.200 punkte wir haben hier eine sehr dynamische bewegung nach oben gesehen es würde mich auch nicht wundern wenn wir hier kurzfristig ein bisschen korrektur am deutschen markt auch sehen aber die gesamte aufwärtsdynamik ist momentan sehr sehr schön zu sehen und freuen wird es mich wenn wir wirklich hier oben drüber laufen dann während die nächsten anlaufpunkte die wir im markt hätten kurzfristig natürlich hier schauen sie sich das mal an wir haben hier sehr sehr nah an dieser marke dann auch die nächsten tageshochs laufen das heißt es kann wenn der markt hier hoch schiebt durchaus zu einiges an dynamik auf der oberseite kommen also sie sehen ich bin hier für den deutschen aktienmarkt doch sehr sehr positiv gestimmt und damit würde ich gerne noch mal rüber schauen in den us markt blicken wir mal auf den dow jones ich mache mal hier noch einige elemente raus die wir jetzt hier für die betrachtung in dem chart nicht mehr benötigen so alles schön markieren die wichtigsten dinge sind weg dass wir etwas platz haben also auch hier im dow jones haben wir die situation dass wir einen schön aufwärtsgerichteten markt haben wir haben es hier ich zeichne es ihnen auch mal ganz kurz ein der aufwärts trend hier ist extrem schön am laufen und da gibt uns immer wieder auch die situation dass wir nach den bewegungen etwas korrekturen sehen und wir nach den korrekturen oder in den korrekturen schön auch in den markt einsteigen können und wir haben jetzt hier das hoch in der korrektur in diesem trend gesehen laufen jetzt etwas in korrektur also hier auch alles ganz normal ein sehr harmonischer kursverlauf den wir hier haben wenn die korrektur dann wieder rumdreht dann haben wir die nächsten anlaufpunkte auch hier stehen das heißt erst einmal der erste anlaufpunkt definitiv dieses hoch im aktuellen trend und dann haben wir schon die nächsten punkte gar nicht so weit weg das heißt wir haben hier die korrektur hoch dieses abwärts moves den abwärts trend den wir hier gehabt haben die liegen entsprechend auch relativ nahe vor uns hier in diesem markt das heißt das sind die preisbereiche hier oben um die 25.550 punkte und die 25.840 punkte marke das sind hier die nächsten anlaufpunkte mal auf der oberseite müssen wir sehen wie die korrektur hier rauskommt aus dem markt gestern war ja wieder so eine unentschlossene kerze wo von oben deutlich abverkauft wurde also es bleibt spannend wir haben korrektur modus momentan das sehen wir auch in der stunde wir haben in der stunde einen abwärts gerichteten trend und sobald der wieder rumdreht ist das das zeichen dass wir hier nach oben laufen also auch am us-markt ist alles doch sehr sehr schön im grünen bereich und wenn wir uns das ganze mal im nasdaq anschauen da sehen wir wie grün der markt hier auch ist das heißt der absolute bullenmarkt hier in den usa der absolute bullenindex ist der nasdaq sie sehen es hier sehr sehr schön wie gut der markt auch gelaufen ist nachdem wir hier doch die situation nach unten hatten wo der wo dieser große trend ganz ganz tief korrigiert hat aber nicht gebrochen wurde laufen wir wieder trendförmig schön nach oben jetzt stehen wir hier am allzeithoch also gestern ist es mal wieder so weit gewesen dass der markt ein allzeithoch hier geschrieben hat jetzt korrigiert der markt ein bisschen also es würde mich auch hier nicht wundern wenn wir etwas korrektur sehen aber der markt ist sehr sehr schön dynamisch auch nach oben gelaufen wenn wir uns dazu mal noch eben die 50 50er und 20er gleitenden durchschnitte anschauen ich stelle ihnen die gleich mal rein ich mache mal den 50er hier rein so das mache ich gleich wieder in der farbe die wir gut sehen können mache ich das einfach mal blau hier und dann lege ich mal den 20er auch noch mit rein damit wir sehen dass diese indizes auch oder welche relevanz diese diese gleitenden durchschnitte für den index haben werden wir die ganz einfach mal mit in den chart hinein legen ich habe ihnen das ja erklärt was ich damit mache und hier sehen wir dass diese indizes auch wirklich sehr sehr schön beziehungsweise diese gleitenden durchschnitte im index sehr sehr schön nach oben laufen hier in dieser aufwärtsbewegung hatten wir das letzte mal im mai ende mai einige berührungspunkte am 20er vielleicht wird es ja auch wieder so sein dass wir nochmal ein stück nach unten an den 20er laufen wir wissen es nicht das große bild auf alle fälle sehr sehr schön bullisch hier aktuell etwas weit in der bewegung das heißt es kann durchaus passieren dass wir auch etwas korrigieren mal wieder und dann eine korrektur nutzen können um wieder in die long richtung zu traden aber das ist der markt den wir hier momentan haben es gibt aktuell keine anzeichen dafür dass wir hier schnell einen einbruch sehen wenn es keine schlechten markt nachrichten gibt das ist ja immer wichtig thema handelszölle in den usa das kann schon für die ein oder andere verstimmung sorgen wenn es dann gegen reaktionen der gegenhandelsseite gibt da müssen wir mal schauen das ist immer so ein bisschen das demoklas schwert was momentan über uns schwebt und der punkt ist halt immer zu beachten und wenn wir mal schauen wann startet denn so eine korrektur dann können wir halt auch sehen wie haben sich denn die trends hier bewegt und das schauen wir uns jetzt gleich mal hier im nasdaq auch an den sube ich mal noch kurz etwas größer rein da schaut man halt ganz einfach und gerne mal auf die kleineren trendverläufe die wir hier auch haben die wir auch sehen können und da sehen wir jetzt hier wir hatten hier das hoch wir hatten diesen starken schub entsprechend auch nach oben wir hatten jetzt hier eine korrektur nach unten gehabt ich meine der us-markt ist jetzt auch geschlossen und jetzt haben wir hier die situation dass wir nach unten laufen das heißt wenn der markt tatsächlich hier runter geht hier runter läuft dann haben wir sozusagen erst mal einen gegentrend zu dieser zu dieser starken aufwärtsbewegung da das wäre dann eine situation wo wir sehen können okay wir gehen jetzt erst mal etwas in die korrektur hinein schauen wir uns das mal in einer noch kleineren zeiteinheit an dann wird das ganze etwas deutlicher das heißt wir haben hier den großen schub den wir in der stunde gerade gesehen haben hier mal trenden im 15 minuten chart und da sehen wir hier entsprechend den trend verlauf in den 15 minuten der ist schon gebrochen es gibt noch keinen abwärtstrend das heißt wenn wir hier unter diese marke laufen von diesem tief hier unten bei 7265 punkten dann ist das das was ich gerade in der stunde auch angezeigt hatte dann haben wir einen abwärtstrend und hier ist der 15 minuten trend dann gebrochen und sie fragen sich jetzt vielleicht wieso schaue ich in den 15 minuten chart ich schaue hier rein weil wir hier durch diesen starken aufwärts move keinen untergeordneten trend sehen wir sehen hier diesen knick nach unten hier an dieser stelle in diesem bereich hier unten also hier gab es die korrektur den move nach oben das ist das was wir in den 15 minuten sehen und hier aktuell in dem markt auch angezeigt bekommen also auch hier alles im grünen bereich wir könnten eventuell eine korrektur in diesem markt sehen das müssen wir einfach einmal einmal abwarten und damit möchte ich gerne hier das thema entsprechend auch für die heutige handelsideen beziehungsweise für die wochen vorbereitung für die nächste woche gerne auch beenden und dann in den trend beziehungsweise in den edukativen teil auch hinein wechseln da mache ich gleich die trennung nochmal hier die technische trennung das heißt sie können ruhig direkt im webinar dabei bleiben ich bin bloß mal ganz kurz ruhig und mache die aufnahme für den edukativen teil entsprechend dann auch fertig